Razor 6-4 hat es aus dem feindlichen Gebiet geschafft. In der Zwischenzeit konnte Agent Mike Rodriguez wertvolle Informationen sammeln, denen zufolge das Regime in einem der Lager Pläne für den Bau eines nuklearen Sprengkopfes aufbewahrt. Sergeant Tyler Wells wird gemeinsam mit Rodriguez versuchen, diese Daten zu stehlen. Bin in Position. Folgen Sie meinen Anweisungen. Ich leite Sie durch das feindliche Gebiet. Um das Lager zu erreichen, müssen Sie drei Kilometer die Straße entlang. Achten Sie auf Gegner und Patrouillen. Los. Hinter der Brücke sind Feinde. Schalten Sie sie aus. Sehr gut. Weiter jetzt. Escucha. No. Escúchame tú. No lo sabía. ¿Cómo ibas a verlo? No, no me lo dijeron. Lo juro por la tumba de mi madre. ¿Qué? Debes estar loco para creerte esa mierda. Ok, tranquilo. Yo sí. Sí. Estoy muy tranquilo. Llámame cuando llegues ahí. Está el Ereis. No, no me lo dijeron. 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 Halt! Zwei Gegner auf 9 Uhr. Warten Sie, bis Sie sich aufteilen. Einzeln können Sie sie leichter ausschalten. Schalten Sie sie aus. Jetzt! Und jetzt der andere. Gebiet gesichert. Rücken Sie vor. Rücken Sie, bis Sie sich auf der anderen Seite zurückkehren. Und jetzt, bis Sie sich auf der anderen Seite zurückkehren. Die Brücke sieht nicht besonders stabil aus. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Gegner auf dem Turm. Schalten Sie ihn aus, bevor Sie weitergehen. Ziel neutralisiert. Sie müssen zu dem Turm. Es ist eine perfekte Schürfschützenposition. Säubern Sie das Gebiet von dort aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warten Sie! Ich habe kein freies Sichtfeld. Ich muss die Position wechseln, bevor ich Sie durch das Dorf leiten kann. Ich bin wieder da. Weiter geht's. Ich bin wieder total Und ich bin wiedereler. Genутств Das Gebiet ist sauber. Sie können weiter. Das Gebiet ist sauber. Sabes que hacer, no? Me las arreglaré, querido. Die Hütte liegt direkt vor Ihnen auf dem Hügel. Seien Sie vorsichtig. Die Hütte liegt. 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 Wir haben einen Fluchtsieg, nahe los! Wir haben uns abgeschafft! Sie müssen dann gemeinsam reichen! Okay, Sie haben sie abgeschüttelt! Wir treffen uns nördlich Ihrer aktuellen Position! Gehen Sie den Fluch entlang, aber halten Sie die Augen offen! Der Feind könnte Suchtrupps losgeschickt haben! Sie sind fast da! Jetzt müssen Sie über die Brücke da oben! Schön, dass Sie noch am Leben sind! Ich war mir nicht sicher, ob Sie es schaffen! Das war ein echter Höllentritt! Hier, dahinter waren wir her! Gute Arbeit! Aber sagen Sie, waren Sie jemals in... Wissen Sie, wie viel die Pläne für einen nuklearen Sprengkopf auf dem Schwarzmarkt wert sind? Auf jeden Fall deutlich mehr, als die Regierung für unsere Rente spielt! Und definitiv genug, damit ich meine Pläne ändere! Dieser kleiner Verräter! Sparen Sie sich die Beleidigung! Käpt'n, schaffen Sie ihn tiefer in den Wald und verpassen Sie ihm eine Kugel! Ich melde mich, sobald ich Ihren Anteil habe! Sparen Sie im Hintergrund! Sparen Sie sich nicht! Sparen Sie im Hintergrund! Vielen Dank.